Oh, wie schön! Ich freue mich! So, ich sitze ganz vorne. Guten Morgen! Wir sind gerade wach geworden hier. Gestern Abend haben wir noch an so einer Gondel parken wollen, mit der wir heute Morgen auf den Berghof wollen, auf 3000 Meter. Da durften wir aber nicht parken, da sind wir zwei, drei Straßen runtergefahren und haben uns hier hingestellt auf seiner Parkfläche, ganz alleine. Und heute Morgen sind wir wach geworden und hier steht so ein chinesischer Reisebus. Und die kommen jetzt alle nach und nach an unseren Camper. Ein alter Herr ist besonders hartnäckig, der kann gar nicht glauben, dass sowas geht. Wo kommt ihr her? Oh, hier bin ich! Oh, hier bin ich! So witzig. Schutzi zeigt mal den ganzen Bus. Wir gehen zur Gondel! Das ist so rau. Wir gehen zur Gondel. Und oben auf dem Berg wollen wir ein bisschen wandern, ne? Ja, nein. Doch! Wir wandern noch jetzt in den Berg. Ja, wir wandern nach oben zur Gondel hoch, weil... Weil oben an der Gondel kostet der Backloss nämlich 10 Euro und unten kostet er fast gar nichts. Deswegen gehen wir jetzt die letzten 300 Meter hoch. Und dann gab es kleine Spinnen. Weißt du das nicht mehr? Ja. Also ich habe mir mal eine Löffelliste eingelegt. Äh, angelegt. Das ist so eine Liste mit Dingen, die man im Leben unbedingt mal machen muss. Und eine Sache davon war, im Sommer mit einer Gondel zu fahren. Und es ist mir jetzt scheißegal, dass diese Fahrt jetzt 20 Euro pro Person kostet. Und ich mache das jetzt. 18. 18. Ja, Marie nehmt das ganz genau. Äh, ich mache das jetzt und ich freue mich da so richtig doll drauf. So richtig, richtig doll. Oder? Nein. Der Berg ist 1.100 Meter hoch. 1.100 Meter hoch. 1.200 Meter hoch. 1.200 Meter hoch. Also gar nicht so hoch jetzt, ne? Ah, guck mal. Da sind irgendwelche Wanderer. So, wir sind jetzt aus der Gondel raus. Und hier ist so ein großer Plan. Und laut diesem Plan, heute zeige ich euch den mal ganz kurz, müssen wir hier noch mit so einem Lift weiter nach oben fahren. Bis 1.200 Meter. Und da oben ist ein WC. Das machen wir jetzt mal. Hier ist so eine kleine Ausstellung. Und hier ist so ein Stahlseil. In der Stärke, in der es hier verwendet wird. Wie lang ist es die Gondel? Ich verstehe es nicht. Also entweder ist es 2.100 Meter oder es ist 4,4 Kilometer. Vielleicht ist es 4,4, also 2.100. Die Länge des Seils? Ne, 4.100 ist die Distanz. Und da man ja hoch und runter macht, dann wäre es, ja, könnte hinfahren. 4,4 fast. Ich weiß gar nicht, ob man das da hinten sehen kann. Aber man hätte eigentlich noch mit dem Sessellift weiterfahren sollen. Das sind aber Einzelsitze und man darf keine Kinder sowohl vorne auf dem Schoß sitzen haben. Oh, Eckenviech. Oh, als auch hinten. Deswegen wandern wir jetzt quasi dieses Stückchen hier nach oben. Ganz so bedauern von Julian, der findet das gar nicht witzig. Aber man hätte ja noch extra 20 Euro noch mal zahlen müssen. Aber ist egal. Wir wandern jetzt einfach mal diesen Berg hier hoch. Okay. Bis zum nächsten Mal. Also ich muss sagen, auch wenn es ganz schön anstrengend ist hoch zu gehen, sind die Wege doch ziemlich kinderfreundlich gebaut worden. Also es ist alles sehr flach, mit so Kies ausgelegt und Treppenstufen und dazwischen immer noch so ein Holzbalken. Schon gedacht, wir müssen hier auf Stein hochklettern und das wird vielleicht ein bisschen gefährlicher, aber es ist wirklich richtig cool zum Wandern. Fertig. Wir sind in der Gondel auf den Berg geschaut. Ja, ach nee. Wir sind gerade gesehen 1212 Meter hoch. Und keine Rehe, nur ein Rehe. Nur ein Rehe hast du gesehen? Zwei haben wir gesehen. Okay, komm, wir gehen weiter. Ja, hier gibt es total viele Leute, die den Weg statt mit der Gondel hochwandern oder runterwandern. Und wir haben gerade darüber gesprochen, dass wir auch total Lust hätten, so etwas vorzumachen. Aber das ist bei Zildern mit vier Jahren noch nicht möglich. Den großen vielleicht, aber da braucht man auch wirklich ordentlich Wanderschuhe. Das oben war so ein bisschen asphaltiert rumlaufen, aber das wäre richtiges Wandern. Ja, da sind auch Leute, die gehen das hoch. Aber dann würde sich das lohnen, Wanderschuhe und so teurere Sachen zu kaufen. Nur wenn man regelmäßig das macht. Ja, nur wenn man regelmäßig das macht. Einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt stehen wir aktuell noch vorm 7-Eleven, weil wir mal wieder Internet anzapfen. Und heute ist Montag. Wir wissen es gar nicht. Wir müssen erstmal gucken. Wir lieben übrigens Montag. Wir gehen zum Eisbizium. Genau, wir fahren heute ins Eisenbahnmuseum. Das soll ganz toll sein, zumindest laut TripAdvisor. Also es ist jedenfalls nicht immer nur Harmonie beim Fahren, sondern auch wie in jeder anderen guten Ehe, wahrscheinlich beim Einparken, Rückwärts Einparken, guck doch mal, bist du blöd. Hier, Julian, der Schenkanten da unten. Julian, der Schenkanten da unten. Das ist schon auch. Der schnellste Zug der Welt war gerade da unten. Also hier bei uns gibt es auch immer genug Streitigkeiten. Aber alles belanglos, so lange ich hinterher immer recht habe. Guck mal, hat sie gar nicht mitgekriegt. Und dann wieder. Guck mal, hat sie gar nicht mitgekriegt. Und dann gehts Universität mit dem 15-Jährigen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin total begeistert hier zuzugucken, wie der Shinkansen, wie der Pferd, weil man kann sich in so einen Simulator einsetzen und da durchgucken. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Wow, wir sind jetzt hier in diesem Railway Museum und es ist richtig stark gemacht. Also die Japaner haben da auch mit Lichteffekten und Toneffekten und Videos, was alles eingeblendet werden, haben es richtig gut gemacht. Hier ist so eine Geschichte von den alten Zügen bis hin zu den ganz neuen, zu den ganz schnellen. Eben waren wir in diesem Shinkansen drin, der den Geschwindigkeitsrekord, Weltrekord hat mit 581 kmh und die Kinder sind total begeistert. Ich auch, muss ich sagen, mich interessiert sowas total. Ich bin ja auch beruflich da mit meinem Münzkram, da gab es auch immer ganz viele Sondermünzen zum Thema Eisenbahn und das ist schon faszinierend. Musik 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 Also wir sind jetzt durch das Museum, wir waren ungefähr drei Stunden da und es hat sich absolut gelohnt, kann man auf jeden Fall machen. Was haben wir bezahlt? Wir haben bezahlt 10 Euro pro Erwachsenen und Schuhkind, glaube ich, pro Euro. Und Marie zählt, glaube ich, auch als Schuhkind schon, also ab 6. Kleinkinder kosten noch weniger, also es war jedenfalls 20, 30 Euro ungefähr für uns alle zusammen. Super gemacht, ihr habt das gesehen, es war sehr informativ gestaltet, es war technisch, also es war wirklich für Mathilda, für Mathilda von den Kleinsten über die Mittleren bis selbst für mich. Echt gut gemacht, sehr sauber, wie immer, also total gut. Und wenn ihr hier seid, dann kommt ihr her. Wir haben gerade nochmal die letzten Stunden des Abends genutzt, um ein wunderschönes Spielen auf einer Wiese zu haben. Und zwar hat der Rastplatz, auf dem wir sind, hinten noch eine Wiese. Und Juli und ich haben Fußball gespielt, wir haben einen Ball gefunden, den haben wir auch wieder zurückgelegt. Ganz cool, dann können wir morgen nochmal weiterspielen. Und Mathilda, Marie und Mama haben Pferd gespielt, ich habe noch ein bisschen Sport gemacht nebenbei. Also es war total schön, das Wetter ist auch richtig klasse. Wir haben ja, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber wir haben einen ganz tollen Sonnenuntergang. Und jetzt putzen wir schnell die Zähne, waschen uns die Füße und dann geht's ins Bett. Als ich Hunger habe, kann ich es immer noch ablecken. Du bist so eklig. Oh, oh, oh. Und, keine Ahnung, wir wurden glaube ich schon 150 mal fotografiert.